Musik 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 Genau Und Und dann kommt ja schon der Fasch Jetzt kommt meine Frage, die ich euch stellen wollte Nicht Was macht Ich wo am Fasch? Geht ihr weg Und Wenn ja Ist was Verkleidet Oder Sagt ihr ne verkleidet Ich nicht Ist nicht so meins Hab ja auch schon von ihm bekommen Dann Ist auch nicht schlimm Und Klein Esstisch So Und 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 Zweit Ne Na Oder Als was geht es eher? Also Ich muss ehrlich sagen Ich weiß es noch nicht Als was ich gehen würde Am Fasching Es steht noch in den Stirn Holz Und Auch noch Holz holen Ähm Wow Ähm Ne Also bei uns am Fasching im Ort gibt's Äh Ist das motto Bilder wäschen Mal schauen Mal schauen Als da hab ich voll So Äh So Cowboy zu machen Ähm Vorgestellt hab ich mal So Schwarzer Hut Oh Jetzt sind wir ganz fertig Schwarzer Hut Und Und Dann vielleicht So Ähm Ähm Ein Tuch Im Mund Und Bei uns So bei mir Überwohnliche Die haben früher sehr oft Ähm So schwarz lange Mäntel tragen Nein Mal nach der Frage Kann ich mal anfangen Ob die so einen haben ne Und ob ich den für Fasching ausnehmen könnte Und dann will ich den noch gut anziehen Das können wir relativ gut vorstellen Für bei uns am Ort Was ich so dann am Fasching noch weiß ich bis jetzt noch nicht Da muss ich jetzt noch Überlegen Was ich mir kauf Ob ich mir was kauf Schwierig Schwierig Ähm Oder gar kein Holz holen Wie du ihn holst Oder ist es ihr Preis nicht Ähm 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 So Ähm So Ähm So Genau Ähm Fasching hin Lauftiere mit Fahrtiere mit Bei uns heuer ist nichts Ich werde Nirgendwo mitlaufen Letten Jahre über Haben wir Ähm Ähm Eine Fußgur mitmacht gehabt Und letztes war ja Das ist richtig richtig über Aber Dadurch damit ist doch jeder von uns auch ähm Schulisch unterwegs ist Wird es heuer nichts werden Leider Ja Kann man das machen Und Ja dann Werde ich heuer wahrscheinlich zu sehen Aber jetzt auch mal ein Mönchstück Geht auch mal Die Produkte Ja Ich lebe es Ja Ich lebe es Leider Ich lebe es 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 Das ist Ich lebe es Jetzt sind wir bald Ende, ich habe mir jetzt nicht mehr zu viel geredet, aber eines kann ich euch noch sagen, ich habe ein paar neue Lieder gefunden, ich hoffe sie gefallen euch, ich halt nicht so bekanntes, modernes, aber was gemütlich ruhiges, schön zu quatschen, wo man dann auch gut fällt an, beim stream aufwenden kann, ich bin immer noch am überlegen Ah, die wollen wie so ungewöhnlich wegfällen, sie sehen so nice aus, wie der quatschen sie jetzt hat Ich bräuchte ja fast noch einen Ne, das machen wir so Nachdem es dann eh bald Schluss ist Machen wir das ganz einfach Wir werden es dann beim nächsten Mal weitermachen Machen wir noch ein bisschen unsere Eindertum machen Wir werden den Keller voran bringen Machen wir den Zocken auch mal fertig kriegen Und unsere Schlaaah, unser Zotszimmer Habe ich vorhin so einen kleinen Kanin vielleicht noch reinzubauen, wenn wir schauen Dann müssen wir wahrscheinlich da auch mal ins Nether Dafür brauchen wir echt noch Potrall, dafür brauchen wir echt noch Ähm, Diamanten und äh, wäre das schwer Ja, und in den Zocken Ähm, nein, das war nicht mehr Jetzt halt die rauszahn Da hast du die Schafe im Ort und die großen auslaufen Und da dann zu Felsen, kann ich da weiterlaufen Also dann da noch ein bisschen so Kies rein Ich kann nur überlegen, ob ich eine 3er Straße mache Oder 1, 2, 1, 2, oder? Die, die dazu auch in... Also... ...ja, ich glaube es wohl So Jetzt gehen wir nicht mal hofern ins Zimmerchen Da können wir noch... ...holzbrückeln Da vielleicht so klein diese Ecke Da haben wir auch noch überlegen, ich werde da auch so kleine EG zu hinsetzen. Und so, ich sehe jetzt den Mund aufgehen. So, gute Nacht. Wir sehen uns. Oha, das muss ja wirklich gehen. Beim nächsten Mal wieder. Nachti. Servus.